Meine Kinder, ich werde jetzt ein sehr spezielles YouTube-Video filmen. Ich brauche eine Kellogg's Schachtel, ich brauche Schere, Klebezeug, Taschenrechner, Make-up-Tutorial. Hm, was könnte es sein? Kleine Frage an euch. Gestern habe ich ja The Sims 4 Ghetto Edition in Twitch gespielt und aufgenommen. Ich bin jetzt am überlegen, weil ich habe sie auf meinem PC, soll ich sie auf meinem aktuellen Raffas Plastic Live-Kanal einfach unter eine Gaming-Section komplett hochladen, das sind zwei Stunden lang, oder soll ich extra ein neues Kanal aufmachen, so wie Raffas Plastic Gaming? Ich brauche eure Hilfe. Meine Kinder, ich habe einen zweiten Kanal kreiert, weil mein YouTube-Partner-Manager hat gesagt, es macht am meisten Sinn. Swipe ab, abonniere dich auf meinen Gaming-Kanal und am Nachmittag um 16 Uhr kommt schon das erste Video. Guten Morgen! Was läuft? Habt ihr gut geschlafen? Ich habe komischerweise super geschlafen. What the fuck? Ich werde jetzt ein Video filmen gehen für meinen Hauptkanal, Raffas Plastic Live. Was für ein fucking Tag ist heute? Heute kommt noch ein Video dazu. Also ich werde jetzt ein Video für nächste Woche filmen. Heute kommt ein Video auf Raffas Plastic Live und am Abend stream ich noch. Bitch, voller Tag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017